Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max, ich muss euch jetzt mal was erzählen, ihr kennt doch bestimmt diese Klos, diese öffentlichen Klos, die es so in Bürogebäuden gibt oder irgendwie am Bahnhof gibt, also wo man so Kabinen hat, ne, kennt wahrscheinlich jeder, also nicht so Klos wie man daheim hat, so im Badezimmer, sondern halt einfach so in der Kabine gegenüber hängen dann meistens auch noch irgendwelche Klos, wo man so im Stehen pinkeln kann und heute, ey Leute, das war der, das war der Wahnsinn, ich sitze auf so einer Kabine drauf, abgeschlossen, auf einmal, ohne Scheiß, ich höre schon im Flur so einen Typ angerannt, komm, das ist natürlich so, bäm, 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 kommt da rein, bäm, Tür zu, zack, Kabinentür zu, Hose runter und dann auf einmal fängt er an so, ooooh, so, what the fuck, ey, scheiße, was geht mit dem ab, und so, so ganz, oh, kacke, Kanzel, ja, ich habe mir Mühe gegeben, nicht so viele Geräusche zu machen, dass er nicht weiß, dass ich in der anderen Kabine hocke, ich wollte mich da irgendwie rausschleichen und das Geilste ist, dann hat er erstmal, naja, was man halt so im Klo macht, das Beste war am Ende, ja, hört man ihn dann so flüstern, weil am Ende flüstert er dann so, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause, übertrieben gestört, oh, scheiße, ich habe mich da echt rausgeschlüsselt, rausgeschlichen, habe mir gedacht, oh, okay, scheiße, hoffentlich hat er gemerkt, dass ich neben ihm hocke, ey, ey, der Typ, der muss den richtigen Knall gehabt haben, der Wahnsinn, Beste, überhaupt, ey, so einen hatte ich noch nie, es gibt ja immer Leute, die richtigen Krach machen, aber der war geil, vor allem, dass er am Ende noch geflüstert hat, dass er nach Hause will, ja gut, ich war vielleicht an der Dünnschüsse, da hatte ich gedacht, ich wäre besser daheim im Bett geblieben, was auch immer, was mir auch wieder Schönes aufgefallen ist heute auf dem Heimweg, ICEs, ne, die dürfen anscheinend immer fahren, auch wenn das Gleis besetzt ist, ne, was weiß ich, ist irgendwie Bahnübergangsstörung, Zug hält an, ne, dauert keine zwei Minuten, ICE vorbei, ICE darf über, das ist kein Problem, ja, wenn der Bahnübergang kaputt ist, ICE darf trotzdem fahren, die haben anscheinend eigene Strecken, ja, keine Ahnung, es liegt einer auf dem Gleis, Zug muss warten, dauert keine zwei Minuten, ICE vorbei, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben bei der, bei der Deutschen Bahn plus ICEs die Berechtigung, Personen umzufahren, ja, noch mehr so Dinger, was weiß ich, Gleis ist voll, wir können nicht einfahren, ihr erahnt es kaum, zwei Minuten später, ICE, ja, wir müssen langsam machen, weil Zug vor uns noch auf der Strecke, ICE vorbei, ich weiß nicht, wie die das machen irgendwie, aber ICEs scheinen irgendwie eigene Gleise zu haben und irgendwie besondere Rechte, ich weiß, ist ja auch in Ordnung irgendwie, ja, die fahren meistens nicht nur 20 Minuten, die fahren da drin auch irgendwie, haben, haben Strecken, so nach dem Motto Frankfurt, Hamburg oder sowas, da fährst du dann auch schon mal, was weiß ich, sechs, sieben Stunden oder so, ich lasse mir es ja gefallen, irgendwo, dass ICEs Vorfahrt haben, aber es gibt manchmal Begründungen, wo es nicht sein kann, dass ein ICE fahren kann, ja, wenn die sagen, die Personen auf den Gleisen oder irgendwie, alle Bahnsteige sind voll, wir können nicht mehr reinfahren, das dann, das ist irgendwie, ist das ja dann schon ein bisschen gelogen, oder, das kann nicht sein, wenn da einer irgendwo auf der Gleise rumspringt, da kann da nicht einfach irgendwo im Nachbargleis einer, ja, vorbeirauschen, das funktioniert nicht, also, da scheint mir vieles irgendwie ausgedacht zu sein, habe ich zumindest das Gefühl, anders kann ich mir das Ganze nicht erklären, übrigens, ähm, ich weiß nicht, wer von euch eine Wii U hat, ich, äh, habe mir eine Wii U bestellt, mit Mario Kart 8, da wäre ich mal schauen, ob man vielleicht, wenn Nintendo nicht die Online-Funktion wieder total verkackt hat, Nintendo hat Talente für die Online-Funktion zu verkacken, aber wenn man Reviews liest, muss die Online-Funktion zumindest halbwegs brauchbar sein, oder zumindest nicht mehr ganz so schlimm, wie bei anderen Nintendo-Spielen, ähm, da können wir vielleicht mal ein bisschen zusammenspielen, muss ich mal gucken, ähm, ich gehe mal davon aus, ich meine, am 30. wird das, wird das Ganze, kommt das Ganze erst raus, ich habe mir das Bundle bestellt mit Mario Kart dabei, sprich am 30., wenn ich Glück habe, ist das am Samstag da, wenn ich Pech habe, erst nächste Woche, wäre natürlich cool, wenn es am Samstag da wäre, ja doch, das müsste klappen, Donnerstag ist Feiertag, übrigens für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Donnerstag ist Feiertag, ich kriege sowas auch eigentlich immer relativ spät mit, dann müsste eigentlich die Wii U irgendwann zum Wochenende hinkommen, das passt, ja, also, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, da können wir vielleicht ein bisschen Mario Kart zusammen spielen, Ich war in Mario Kart auf der Wii gar nicht so schlecht, ja, es gibt da tatsächlich Clans, ja, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt tatsächlich Clan Wars, in, also richtig CWs, in Mario Kart, das glaubt man nicht, das ist aber so, könnt ihr mal auf YouTube gucken, wie die Typen da abgehen, das ist absolut unglaublich, Oder auch, wenn man sich die Rekorde anguckt, ähm, im Ghost-Modus sich nochmal anguckt, wie da irgendwelche Japaner, Asiaten, Koreaner, was auch immer, abgehen da irgendwie und Zeit fahren machen auf den Strecken, das ist der Wahnsinn, also, die haben es echt drauf, natürlich wird das schön geklitscht, ne, also, so, nach dem Motto, gegen die Wand fahren, dann einmal im Kreis und schon ist die Runde vorbei und sowas in der Richtung, aber, da freue ich mich wirklich drauf und es gibt ja Gerüchte, dass Nintendo vielleicht zur E3 ein neues Zelda ankündigt, ähm, da bin ich wirklich gespannt, ich hab irgendwo gelesen, irgendwas mit Nightmare, könnte das vielleicht im Namen haben, aber ich bin gar nicht mal sicher, ob denn diese News überhaupt noch aktuell sind, aber das wäre natürlich ein richtig super Ding, ich werde mal wahrscheinlich Wind Waker HD auch kaufen, nochmal für die, ähm, Mario und Zelda, Mario Kart, das ist einfach so eine Grundausstattung, die man für eine Nintendo-Konsole braucht, und, das war's, im Endeffekt, fertig aus, dachte ich mir, das muss ich jetzt bloß mal loswerden, bei der ganzen Sache, ich hab mich übrigens mittlerweile auch wieder abgeregt, ich glaub, das merkt man auch, ich war ja gestern hier, hab ich rumgeraged ohne Ende, na, das habt ihr ja wahrscheinlich im Video auch irgendwo rausgehört, aber ich hab mich mittlerweile wieder abgeregt, das passt, und, wir machen jetzt Schluss, macht's gut, ach ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr da Bock habt, ein bisschen Mario Kart zu spielen, wäre schon eine coole Geschichte, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.